Die Frage ist, was lege ich dafür ab? Was macht Mental Ring? CP wiederherstellen. Ja, Remove. Wann weiß ich schon, wenn jemand sie mit Erdattacken angreift? Equip. Ist ja nicht so, als könntest du die Items auch im Kampf austauschen. Ich bin so froh, dass man das in einem anderen Teil spielen kann. Items austauschen, Waffen austauschen. Die Art, die man aus seinen... Hier in dem Fall ist das jetzt das Steuerkreuz. Besetzt hat, austauschen. Was man alles hier im Kampf nicht kann? Böse. Das ist so... Kili Ring. Restore additional HP at the end of the battle? Restore HP during battle. Was? Occasionally nullifying physical damage? Ernsthaft? Dieses Schaden kann manchmal aufgehoben werden? Verstehe ich das jetzt richtig? Wie gebe ich das denn? Stopwatch, scenewatch. Gebe ich dir mal. War es der Force Ring? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen, ja. Cool! Was auch cool ist, hier ist ne Sackgasse. Okay, dann haben wir den Weg schon mal abgehakt. Boss Goblin! Ja, so sieht er auch aus. Meine Magie im Augen! Dass man auch keine neue magischen Augen kaufen kann! Was ist das denn für eine Scheiße? Ich muss nur auf mich drauf gehen! Was ist das zu fassen? Autsch! Das tut weh! Lass das! Fü-nü-nü-nü! Überhaupt nicht gemein, ey! Fü-nü-nü-nü-nü-nü-nü! Ach, nicht Details, Jus! Chicken, lerne es endlich! Feuer! Und ein Angriff von hinten! Nee, nicht gegen diese Boss Goblin! Die sind gemein zu mir! Die hauen mich! Da kamen wir her! Wow! Und gesagt, hier gibt es diese Viecher nicht! Deswegen die Kirche auch keinen Grund hat, hier hinzukommen! Ärger zu stiftet, habe ich schon wieder irgendwas falsch verstanden mit meinem wunderbaren Englisch! Wie der sich der Heißkart mir in den Weg stellt! Die weißen Wölfe habe ich auch nicht gescannt! Mein letztes magisches Auge! Voll doof, dass ich mir keine neuen kaufen konnte! Was ist nicht überall angeboten? Fü-nü-nü-nü-nü! Chicken quengelt mal wieder herum! So, weg mit dir! Jetzt kann ich nix mehr scannen! Tobiya! Preise Tobiya für dieses Level Up! Oh, du bist voll gehalten! Du bist voll gehalten! Du bist auch voll gehalten! Gehen wir mal hier lang! Das war der richtige Weg! Woh- Jeder, wait! There ist ein Or- Org- Org! Der Org- Org! scheint, die anderen, wie der Chint questionen! Und vielleicht ist es den Leader of Swords. But we have to beat it if we want to pass, right? Oaks are the ancestors of both humans and Lemurians. Lemurians, right? Can we talk things out? Unfortunately, Orgress are merciless to any but their own kind. Uh oh, der hat uns gehört! Damn! Spall das! Ich hab keine Mal gedacht mehr, um ihn zu scannen! Was soll das? Aber jetzt weiß ich Ork schief. Spricht das jetzt einfach Ork aus? Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Wie weit er mich werfen kann! Das ist Arkenart! Ich glaub, Zauber zu benutzen wäre effektiver, oder? Gut, dass ich zwei Magier im Team habe. Das war Black Hole. Jetzt ob er gewusst hat, dass ich von hinten komme! Schön, dass ich auch keine magischen Augen zur Verfügung habe, um zu gucken, wie viel K.P. der Arsch hat. Du! 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 Warte! Stimmt, kann ich ja gar nicht nachgucken. Ich wollte grad nachgucken, ab wie viel ich meine Biestform wechseln kann. Aber die heilen mich ja alle so schön! Wie er mich dauernd umwirft! Jetzt bräuchte man echt schon, der mich wieder vom Boden aufkratzt! Alter! Das hier! Puh! Ich weiß nicht… Das ist doch Rompia in Ruhe, das hat dir gar nichts getan, ey! Sei gar nicht so unhöflich! Attack-Symbol. Ja, sei mal nicht so unhöflich und dann geht der K.O. Zwei Minuten. Fast. Also, hier ist der richtige Weg. Würde ich jetzt gar nicht mal behaupten, weil hier so ein Boss, Mini-Boss war. Und hier eine Sackgasse ist. Und ein Angriff von hinten. Nein, wir sind einfach nur im Zingel. Ich kann das immer noch nicht unterscheiden. Warum bekomme ich keine magischen Augen? Du darfst nicht im Besitz magischer Augen sein, Chicken. Das ist illegal! Das schwarze Loch verwandt. Das ist aber da für Tilkis. Sand. Wow! Also wenn der ganz schön so klein ist, habe ich mich dagegen! Ich meine, der Schwarzwald wäre um einiges größer, ne? Es sieht so kalt hier aus. Könnte doch ein, dass es hier Schnee gibt. Ich kann sie sehen, aber es gibt Menschen hier. Sie sind uns. Das ist schrecklich. Es ist wie wir uns gehauntet haben. Die Menschen in dieser Stadt müssen gute Reasons sein. Wer bist du? Was willst du? Was willst du? We are not here to cause trouble. We are travelers. Where did you come from, Adelhabith? We crossed the desert. We have a very good reason for going on this journey. Are you Limonian? Why is the Limonian traveling with humans? How did you know I was Limonian? Äh... Äh... We escaped from the humans. But now that you are... Now we are here. We can't let you live here alive. Wait, hear me out. We want to meet with your elder. The fate of the world depends upon it. That you can trust a human. Then trust me as a follower of Limonian. Please, there is something we absolutely have to find out. You are strange. You smell like one of us, but also like a human. Also is that doch, halbe Mensch, halbe Limonian. I don't know what that is. Very well. We will let you meet with the elder. But you make one wrong move and you will regret it. Got it. We understand. We appreciate you hearing us out. This way, follow me. Yeah, let's go in. No, he comes out. I am the elder of this village. I understand you have something to ask of me? We are in search of the patient creator during the beast war and we wish to know more about the law of life. You are pawns of Aurela? Wait, it's because the Pope is after them. If he gets his hands off the patients, this world is in big trouble. The Pope is experimenting with the law of life, trying to perfect it. The reason he is arresting Limonians is because he wants to find the patients as well. What a fool. He intends to repeat the mistakes of the past. Is Aurela going to meet the same end as Limon? He'll do it. Olga K gagal. Are you good? Untertitelung des ZDF, 2020